und damit herzlich willkommen zum ersten tuxfisch in 2022 wir schreiben den januar und ich begrüße ganz herzlich dejan hallo einen wunderschönen guten mittagabend oder morgen und hallo micha ja grüß dich neues jahr neues jahr neue neue chancen neue themen neue weiß ich nicht neue ziele und ich glaube damit haben wir auch eine jubiläumsausgabe war das nicht so dass wir sogar im letzten januar 2021 gestartet sind jetzt fragst du mich zu viel ich glaube das war der fall ich schaue mal nach wir das einjährige ich weiß es gar nicht könnte aber gut sein ich habe vorhin den ordner archiviert vom letzten jahr ich hätte reingucken können habe ich nicht gemacht januar 2021 war die erste folge doch wir haben jetzt das einjährige sehr sehr cool also ist das quasi der dreizehnte der zwölfte wir haben wir haben bei einem monat getrickst der zwölfte podcast stimmt genau ja das ist dann unsere zeitrechnung ist dann immer ganz sonderbar bei den podcast ausgaben aber ja herzlich willkommen wieder und schön dass ihr wieder dabei seid liebe zuhörer und zuhörerinnen natürlich ja und auch diesmal haben wir interessante themen limux 6.0 haben wir dabei norbert preiningen wird der preiningen gesprochen oder preiningen also er ist jetzt auf jeden fall in japan habe ich gesehen ob er jetzt ursprünglich aus deutschland kommt oder auch so deutschsprachig ist weil es hört sich ja sehr deutschsprachig an ja norbert dann norbert ja gut der norbert verlässt debian ja der wird ja drüben nicht nobel zann ausgesprochen bestimmt der wird schon norbert preining aber preining wird ja auch nicht preining ich glaube auch ich muss mich nur zusammenreißen dass ich auch preining als preining ausspreche ja der fall ist debian hast du schon gut gesagt und es gibt erste sprach oder sprechreife news zu ubuntu 22 4 die nächste lts variante wird es auch wieder zeit für eine neue lts variante ehe man sich versieht ist die alte lts variante schon fast wieder wieder ewigkeiten her ja aber noch noch eine weile gut das stimmt in der tat haben wir ja dann noch mindestens drei jahre support auf die 204 oder sogar noch sieben jahre wenn du das mit dem ubuntu advantage programm dann halt hast mit diesem extended security maintenance oder wie das auch mal heißt genau das ist auch ein bisschen zeit ja richtig gucken wir mal also ich bin gespannt aber wir kommen erst mal zum anfang ansonsten gut ins neue jahr reingekommen ich denke doch oder ja doch soweit ganz ganz gemütlich und dann hier du eher das neue jahr gestartet ist also beziehungsweise so im letzten jahr habe ich mir gedacht so dann wenn es in richtung weihnachten kam so war endlich hast du alle deine sachen geschafft für dieses jahr die talkstage sind vorbei dies jenes noch ein paar andere private sachen und dann so geil jetzt kann quasi weihnachten kommen und dann hast du irgendwie deine fünf sieben tage frei und denkst dir so hast wieder einen riesigen neuen berg an irgendwelchen sachen die du machen musst ist so ein bisschen deprimierend gewesen dieses jahr aber ansonsten hey bei dir ja auch ich habe mir doch kein stress gemacht ich habe mir eigentlich sogar vorher noch ein bisschen was zu lesen oder hat mir nur meine brille strich durch die rechnung macht ich habe es irgendwie geschafft mir so ein kratzer rein zu hauen das lesen echt belastend waren da musste ich echt noch zwischen den feiertagen zum optiker meines vertrauens mir eine neue brille machen lassen und die war dann natürlich erst nach dem weihnachtsurlaub fertig und dann war das mit lesen dann auch antakta gelegt schade dann ging leider nur noch serien schauen und zocken oder ja weitestgehend weitestgehend wirklich nichts wo man wirklich punkt star fixieren muss ja gut ja cool also kommen wir doch mal zum ersten thema oder ja limux und geglaubte leben länger habe ich in klammern geschrieben das müsste müssten wir eine neue kategorie machen das stimmt das ist so verrückt also das ist ja dieses dieses programm oder dieses es war ja sogar ein vorzeigeprojekt der stadt münchen oder ist es ist es war eins war würde ich auch mal sagen wo sie einfach die stadtverwaltung komplett auf open source umstrukturieren und umziehen lassen wollten das ist sogar relativ gut gestartet lief ja auch 16 jahre von 2003 bis 2017 2017 wurde es dann durch den stadtrat abgekündigt mit ach nee dieses open source das lassen wir mal tatsächlich genau mit der begründung quasi also die hatten keine richtige technischen jetzt sachen wo sie sagen mussten deswegen machen wir das nicht weiter also es kam ja in dem gleichen jahr die microsoft zentrale nach münchen ich würde da jetzt lasse ich mal jedem selber den zusammenhang ob er da ein sieht oder nicht aber generell klar stand natürlich ein paar aktualisierungen an aber ja die sind natürlich mit den kosten keines um keines zu vergleichen mit den kosten wie sie jetzt zur umstellung wieder benötigen ich glaube bis 2025 war das mal angedacht wollten sie dann wieder jetzt komplett auf windows wieder rum sein das heißt limux wird wahrscheinlich noch in verschiedenen rechnern noch laufen momentan aber die werden nach und nach hier jetzt auch alle umgestellt wieder auf windows das muss ich sagen schon ja ein trauriger abschnitt würde ich mal sagen den wir hier in der open source und linux welt ein bisschen zu beklagen haben aber gut so ist es dafür weiß ich haben wir das mal im podcast besprochen dass da die anderen länder jetzt dann doch ganz gut jetzt schon also wirklich eigentlich genau das gegenteil von münchen machen ich weiß nicht ob so ein podcast war wir haben es doch ich glaube mal mit schleswig holstein irgendwo angesprochen ich bin mir aber nicht sicher ob es ein podcast war oder zu den tux tagen oder einfach so mal keine ahnung also leicht sag ich mal ich glaube ich habe ein news video dazu gemacht aber ich weiß nicht ob wir es mal im podcast hatten egal jedenfalls die anderen bundesländer sind da ja wirklich momentan feuer und flamme jetzt auch unter anderem ja gut der koalitionsvertrag hat das erstmal nicht viel zu mit rein zu spielen politisch gesehen ist zwar auch relativ positiv formuliert für die linux und open source welt aber die länder wollen das jetzt tatsächlich prüfen und schauen dass wir dann da groß auf open source umsteigen schleswig holstein ist da ganz groß vorreiter und sind dadurch mit dataport schon ganz groß in der absprache und nebenbei herzliche grüße an jeden dataport mitarbeiter sind dann doch ein paar also du kennst mittlerweile auch ein paar oder ja klar man kennt sie ja ich bin dann immer nur ein bisschen unschlüssig ob die dann angesprochen werden wollen oder ob sie es überhaupt hören dass die frage also das immer so eine sache aber grüße gehen raus genau ja ja und ja jetzt ist limox ist jetzt eine neue version raus gekommen oder die haben noch mal die haben noch mal die sechs nur noch als letzten letzten herzschlag quasi released das ist ja das ist ja eigentlich ein benutzbares klein server system also du hast den 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 haupt terminal server mit den anwendungen und hust dann nur noch auf den clients quasi so ein bisschen fin client software installieren dass du darauf arbeiten kannst ja eigentlich ein tolles konzept was heutzutage immer noch nicht überholt ist würde ich sagen also schade dass man das so fallen ist ist open source software sicher werden code teile daraus andere projekte aufgreifen aber schade dass das jetzt so langsam aber sicher dann ausgemustert wird ja ich hoffe dass das irgendwie mal aufgreifen wird also wäre echt schade ja gut ich weiß auch nicht in welchem zustand die pakete sind wenn jetzt davon oder insgesamt die die geschriebene software die zusätzlich dafür geschrieben wurde ich glaube das basiert auf debian das ding und kde nutzt es als desktop soweit ich gelesen habe und ja wer weiß wie gut die komponenten jetzt noch zusammenarbeiten die mal früher dafür entwickelt wurden und wie kompliziert das ist natürlich ist wahrscheinlich auch in gewisser weise auf ganz spezielle punkte der 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 stadtverwaltung münchen vielleicht auch ausgelegt wie sie da ihre rechner vielleicht organisieren das so verwaltungstechnische sachen wenn da garantiert mit rein spielen ich denke mal auch ein paar office software anpassungen werden sie da extra gemacht haben die haben open office noch verwendet also ganz lange zeit ich weiß nicht ob sie dann noch mal auf libreoffice umgestiegen sind aber so wie ich sowas kenne wahrscheinlich nicht nicht also ich kenne es auch doch mit dem letzten stand dass es open office ist ja habe jedenfalls auch nichts gefunden darüber dass wir mal zur libreoffice gewechselt sein sollten naja passiert aber gut open office ist dann jetzt wirklich auch mittlerweile fast tot ja die letzte vollversion kam vor weiß ich nicht sieben jahren raus keine ahnung ungefähr so um den zeitraum gefühlt auf jeden fall dagegen ist xfce wirklich ein bleeding edge desktop das muss man sich auf der zunge zergehen lassen ja was hältst du insgesamt von limox also wie hat dir das projekt so also was du so mitbekommen hast am rande gefallen und würdest du würdest du es empfehlen anderen zu reviven also auch den 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 bundesländern die das jetzt versuchen neu so aufzusetzen ja ich fand es schade dass es einfach so relativ trivial wirklich abgewirkt wurde obwohl es quasi am start war also es war ja im einsatz und dann einfach zu sagen ach nö wir machen mal hier andere standardisierte software sachen die die etabliert sind wo ich mir sage die entscheidung ist ja mal irgendwie ganz schön an den haaren herbeigezogen aber mein gott ja übelst schade die entscheidung also wirklich richtig schade und ich hoffe wirklich dass dieser limox diese limox basis wirklich noch anderen als basis dient dass das irgendjemand folgt oder noch weiter entwickelt oder ob die leute vom vom limox projekt einfach vom süden der republik in nord der republik nach schleswig-holstein und dann ist das schleswig-holstein 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 und dem im öffentlichen bereich also die anderen wollen jetzt nachziehen bis auf bayern also bayern sagt da nö wir machen da jetzt nicht mit bei dieser kollaboration quasi ja gut wäre dann auch noch mal komisch wenn sie dann jetzt diese den momentanen umzug dann abrechnen und dann wieder in die andere richtung gehen das wäre dann auch kompletter humbug aber wahrscheinlich wird es irgendwann so drauf drauf laufen also da bin ich mir relativ sicher dass ich da microsoft langfristig wahrscheinlich nicht halten wird einfach vielleicht auch wegen datenschutzbestimmungen die dann tatsächlich neu definiert werden also klar hat da microsoft dann bis jetzt immer ausnahmen gemacht aber ich könnte mir vorstellen je nachdem welche regierungen dann da an die macht kommen dass sich das dann doch noch mal gut ändert boah also dass das muss man dann einfach abwarten weil bei microsoft ist es ja so datenschutztechnisch du kannst ja alles selber hosten und installieren und betreiben du musst halt nur das nötige kleingeld haben also die die gehosteten geschichten von microsoft sind ja durchaus erschwinglich nur eben wenn es dann um datenschutz geht und und ja ist es im koalitionsvertrag digitale unabhängigkeit wenn du dann selber der herr deiner daten sein willst dann tust du richtig richtig tief in die tasche greifen bei microsoft allein schon wegen der lizenzierung also möglich ist es aber ich denke mal bevor es daran scheitert scheitert es eher an interoperablen schnittstellen mit den anderen landesregierungen wenn das wirklich so weit kommt dass die ganz stark open source und open source cloud irgendwas infrastruktur wo eigentlich keine keiner so richtig weiß was genau das ding jetzt am ende alles kann also soll so ein amazon web service beziehungsweise google cloud service ja variante sein halt eben auf freier basis jetzt auch von europa entwickelt ja vielleicht findet man ja dann da auch noch offene schnittstellen und ich gehe mal stark davon aus dass sich da münchen auf jeden fall verrennen wird also vor allem weil jetzt eben alle anderen bundesländer da umschwenken langsam und du ja auch wirklich in der in der politik in den letzten monaten siehst dass das tatsächlich eher weg von microsoft geht was ich ja vor fünf jahren gar nicht so kaum hätte sehen kaum gesehen hätte so und ja ich denke mal das hat noch die wenigsten wirklich kommen sehen das ist durch relativ wie heißt es jetzt am schönsten relativ unvorhergesehen kurzfristig so entstanden durch die ganzen daten leaks und wie heißt es exploits die exploits die rausgekommen sind letztes jahr war doch so ein richtig schöner microsoft exchange exploit im umlauf das tut dann auch immer weh wenn alles auf microsoft exchange läuft und ich finde das ja immer noch ganz oft bei mir dienstlich dass ich mit administratoren rede die sich wirklich einen eigenen exchange server bei den kunden hinstellen und die dann halt auch verwalten und der macht dann auch noch mail kalender und 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 ist mit einem bei einem internet und da wird es bin ganz schön dick wenn du da nicht hinterher bist und meistens sind das nur so eingekaufte dienstleister die können an der fülle gar nicht hinterher sein aber die stellen hat exchanges exchanges was ist denn die plural von exchange oder past exchanges oder exchange server einfach dorthin machen wir es so ich glaube singular ist wie plural dasselbe das ist also halt das mal gelernt haben und wissen wie es geht also und wenn da mal ein fehler passiert der sind ja nicht die schulden ist eigentlich der produkt ne ja stimmt schon wobei wir hatten ja auch sicher zu lücken in der open source welt war jetzt mit sudo ganz groß ich glaube war das im letzten oder vorletzten jahr also aber ja am ende ja ist halt einfach eine frage der also was den casus knackst heute ausmacht die frage der digitalen souveränität und das ist halt mit microsoft gar nicht so gegeben wenn du siehst wenn mit öffentlichen geldern an irgendwelche microsoft lizenzen bezahlt werden und verträge geschlossen werden wo einfach teile der der verträge geschwärzt ist obwohl das tatsächlich eigentlich gar nicht zulässig ist dann siehst du da ist das einfach eine falsche sache aber du hast eben einen punkt angeschnitten der tatsächlich gar nicht so unwichtig ist und zwar ist das die schulung der mitarbeiter beziehungsweise die mitarbeiter müssen sich dann alle umgewöhnen umgeschult werden und das ist ja auch noch mal ein erheblicher kostenpunkt am ende also dass da muss man sich auf jeden fall dann doch schon für wappnen auf jeden fall ja also da ist es wirklich so am ende knallt die peitsche und dann wird es dann auch richtig teuer also nur mal so schnell sagen ach wir tun jetzt hier wieder das mit diesem limux ach das war nix wir machen jetzt wieder das mit windows das kennen wir und dann sitzen sie sich davor denken sich ja wie waren das jetzt in 16 jahren ist ja einiges passiert ne das stimmt so wobei wobei das das ist ja seit heute mehr als 2003 sind ja 18 jahre schon 18 jahre schon ne aber 19 sogar schon ich weiß nicht egal ja da war irgendwie xp noch ne in das xp ja genau xp kam 2004 aus oder 2002 nee nee 2002 2002 das war schon relativ weil 2003 das war der exchange dazu microsoft exchange 2003 das war der äh server zu xp als als client und dann kam ja naja das was keiner haben wollte bis da 7 8 8 1 und 10 und jetzt halt aktuell 11 also ersprung also schon nicht nicht gerade unwichtig also was ist unwichtig also der ist schon heftig ne also weiß jetzt gar nicht wie krass integriert das limux jetzt war bis dato ob das wirklich komplett umgestellt war ob das nur eine teilumstellung war aber die die das benutzt haben die jetzt wieder umschulen müssen oder umdenken müssen auf microsoft clients die werden auch die ganze welt noch an der hand genommen werden müssen ne das stimmt wobei tatsächlich das ja in beiden richtungen ist also tatsächlich auch die anderen bundesländer wenn die jetzt dann doch langfristig auf linux umsteigen soll auf freie software ist ja egal als was da am ende drunter läuft hauptsache es ist frei ja das wird auf jeden fall auch noch mal umstellung also in beiden hinsichten ist dann immer auch in großen firmen deswegen sagt er nicht mal so schnell irgendwie eine firma wie keine ahnung vw oder siemens oder so dass er dann sagen wir switchen mal ganz schnell weil das ist ja ein erheblicher kostenpunkt der muss ja dann auch erst mal reingeholt werden wieder muss sich ja auch finanziell lohnen also gut da haben wir wieder einen unterschied zwischen öffentlichen behörden und firmen ja bei den firmen muss sich jeder schritt finanziell lohnen sonst wird er nicht gemacht und bei behörden so ja ne schauen wir mal ja aber gut das ja ich bin sehr sehr gespannt wie sie das weiterentwickelt und vielleicht wer weiß werden ja auch sicher werden teile vom linux projekt irgendwie weiterverwendet und weiterentwickelt aber wie das dann noch so vonstatten geht vielleicht gibt es ja mal auch ein linux 7 wer weiß also man mag ja noch träumen können dürfen oder so ein linux reloaded oder keine ahnung ja mal schauen oder ja irgend so neolimux oder ach keine ahnung irgendwas neu aufgelegt oder rocket limux oder ja huda limux äh ne das kann auch richtig gut candy crush drauf spielen und so ne das spielen ja heutzutage ganze leute oder so ne ja bestimmt ne aber ich bin echt gespannt auch im allgemeinen wird dieses jahr und die kommenden jahre sehr sehr interessant richtung open source gerade in deutschland ja absolut ich bin da mega gehypt und ich glaube das hat ja frank kalitschek in in der pote auf der potensdiskussion in bei den talks tagen auch gemeint das ist momentan so ein window of ähm wie heißt das also ein chancen window quasi gerade ist also gerade ein zeitraum wo man wirklich gerade ähm die chance hat da auf jeden fall groß rein und wenn wir die verpassen und dann könnte es schwierig sein also von daher müssen wir eigentlich gerade alle ziemlich viel gas geben die nächsten jahre weil da momentan auf jeden fall auch die aufmerksamkeit immer mal wieder drauf fällt und das sollten wir auf jeden fall gut in die hand nehmen und schnell mobilisieren in der hinsicht also ich bin sehr sehr gespannt was das alles mit sich bringt definitiv bin ich auch der meinung ja können wir schon zum zweiten thema kommen oder oder sagen ich weiß gar nicht was du vor hast lass uns doch erstmal über den norbert sprechen den norbert in norbert war so eine schlagzeile die habe ich letztens gelesen da dachte ich mir interessant dass das das würde ich gerne mal mit dir besprechen also dieser norbert einigen hat debien verlassen oder verlässt debian hat inzwischen debian verlassen das war so ziemlich engagierter entwickler der hauptsächlich erst mal kde im debian projekt betreut hat hat es auch noch so zwei drei andere sachen gemacht aber hauptsächlich war für diese kde geschichten zuständig jetzt sehr viel gemacht hat kde plasma gear frameworks und so weiter soll das ganze kde sachen gemacht cinnamon hat da auf debian paketiert die ganzen tech pakete kalibre one drive und dann noch ganz ganz viele andere aber war schon also wirklich ein erheblicher teil das muss man auf jeden fall mal betonen ja das auf jeden fall aber ich sag mal so jeder der debian mit kde nutzt da sollte der name norbert priding eigentlich in begrübs sein weil das kriegst du ja immer bei den paketupdates wenn das über eine grafische oberfläche machst immer noch mit dem maintainer angezeigt und da stand da ganz oft drin ja cool steht in zukunft da halt nicht mehr drin das stimmt das stimmt ich fand es halt nur so interessant entschuldigung ich wollte jetzt nicht ins wort reden mache ich auch nicht ich fand es halt nur so interessant weil der norbert war ja dafür bekannt dass er eigentlich immer sehr sehr ambitioniert war und auch kein blatt vom mund nehmen 1 2 3 4 kein blatt von dem mund genommen hat und sich eigentlich immer so geäußert hat wie es ihm gerade gepasst hat das hat schon damals 2018 dafür gesorgt dass er nicht mehr debian developer ist sondern einfach nur noch degradiert wurde zum debian maintainer hatte dann den unangenehmen nebeneffekt dass er gar nicht mehr pakete pushen konnte in das debian repo muss da immer noch bei anderen debian developern ja betteln und bitten damit das hochgeladen wird und da haben sie über die letzten jahre so gegängelt dass er sich jetzt gedacht hat nö jetzt habe ich einfach mal gar keine lust mehr auf die ganze geschichte und wo geht er hin da wo er machen kann wie er will nämlich zu arch linux ja also unglaublich also ich muss sagen ich habe von der thematik tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen bis jetzt weil gut ich nutze zwar also ein debian derivat wenn man so möchte aber so richtig ja keine ahnung ging dann mir vorbei aber ich muss sagen jetzt leute die jetzt natürlich dann so komplett unzensierter ihre meinung raushauen dann in irgendwelche communities kann schon manchmal einfach sprengstoff mit sich bringen also dass da muss man wirklich auch teilweise aufpassen auch in verschiedenen sicherheitsrelevanten sachen und so aber ja wenn er das dann auch wirklich so dann direkt ja dann ohne ich weiß ja nicht was vorgefallen ist hast du dann genauen ja sachen oder anhaltspunkte ne genaue quellen habe ich leider nicht mehr gefunden liegt leider schon so weit zurück dass da die recherche ein bisschen schwierig wurde auf die kürze der zeit sag ich mal ja ne ich habe auch jetzt nichts gescheites gefunden dazu aber generell ja gut ne hat er halt immer mal wieder ein bisschen dagegen geschossen und dann haben halt ein paar andere ja maintainer ihn dann da langsam aber sicher herausgeekelt ne was wirklich schade ist also anscheinend können sie es sich leisten der Rest der debian maintainer ne fällt jetzt dann doch schon ein großer teil weg und das muss ich sagen ist für mich schon so ein bisschen wie ein Kindergarten ne also dass man das dann nicht irgendwie wie 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 zwei erwachsene menschen regelt und dass das dann dann doch irgendwie so auseinander läuft das muss ich sagen finde ich sehr sehr schade ich finde es immer nur bitter süß weil sie sagen wir sind eine große community wo jeder was zu sagen hat und dann passiert sowas das stimmt schon es ist bitter süß sag ich mal ne also da das kann man so stehen lassen und einfach mal wirken lassen ne ja absolut absolut also das weiß ich nicht ne was da genau dann vorgefallen ist ich habe jetzt mir mal es gibt ja auch ein debian code of conduct ja da wurde im 28 april 2014 geschrieben also dann doch schon eine weile her und beinhaltet halt solche sachen wie be respectful assume good faith be collaborative und so weiter und ich glaube damit haben sie ihn dann irgendwie die am ende so ein bisschen degradiert irgendwie weil er da irgendwelche sachen nicht eingehalten hat das lässt sich von außen glaube ich auch echt schwierig bewerten also vor allem wenn wir da jetzt dann gar nicht so drin sind aber ich muss sagen es passiert ja immer wieder dass ich dann leute abspalten und dann ja das projekt entweder zwei schienen fährt oder auf einer wackeligeren schiene wenn man so möchte ja das auf jeden fall und was ich halt auch finde also so ambitioniert wie der norbert preining nun mal war also das wird auch ein herber verlust sein fürs debian projekt also so sehr sind rausgeekelt haben der war doch ein sehr sehr tüchtiger und ambitionierter entwickler also ist er ja nur nicht mehr bei ihnen also beim debian projekt ne und ich habe so ein bisschen dass die befürchtung dass diejenigen die die das ausscheiden von dem norbert abfangen dann nicht mehr so die qualität oder die die sorgfalt hinlegen wie wie der norbert preining also das werden wir dann merken und sind wir mal ehrlich debian als basis von linux mint oder bei mir pop us das wird das werden wir auch merken ne also vermute ich mal ja auf jeden fall werden dann andere ressourcen da rein fließen müssen ja also das echo werden wir zu spüren bekommen wahrscheinlich also ich gehe mal nicht von aus dass dann jeder so sieht ach nein was ist denn da jetzt los in zwei Jahren auf jeden fall aber das ist dann doch schon schwierigkeiten beispielsweise ja wer macht jetzt die ganzen kde sachen beispielsweise also cinnamon scheint jetzt wohl schon in trockenen tüchern zu sein habe ich jetzt vorhin gelesen aber beispielsweise im kde team weiß man noch nicht so richtig wer jetzt da den staffelstab am ende bekommt und jetzt werden wahrscheinlich erstmal die pakete die da erst letztens dann rausgeworfen wurden noch von norbert die werden dann langsam aber sicher immer älter und älter da bin ich mal sehr gespannt wer das alles dann auch mit sich nimmt und ich muss sagen ja so für solche pakete wie kde oder so ist es auf jeden fall immer noch nötig dass man ein maintainer hat bei bei solchen ich sag mal ja orchideen programmen wie jetzt beispielsweise also irgendwie ganz speziellen anwenderprogrammen weiß ich nicht könnte man langsamer sicher vielleicht auch einfach rausnehmen wenn sie wirklich jetzt schon durch andere sachen abgedeckt sind aber sowas wie kde ist ja wirklich eine sache die brauchst du auf jeden fall so tief im debian drinnen und das da muss erst mal jemanden finden ja und gerade sowas wie wie ein desktop environment das ist ja nicht nur ein paket das ist ja das ist ja eine vielzahl die irgendwie miteinander operieren oder operieren muss ne und ich würde mal behaupten dass kde das absolut komplexeste von von allen desktop environments ist oder von den paketen her von von vom umfang her von der menge her ich glaube da kann ich mal genau mithalten also von funktions von funktions umfang auf jeden fall hätte würde ich mich jetzt nicht darauf festnageln wollen aber ja es ist schon das mächtigste aller desktop environments sage ich mal ich kann auch mit dem ganzen q zeugs und so was da dazu gehört das ist schon ziemlich komplex auf jeden fall kann nicht jeder machen richtig macht er jetzt auch nicht jeder weißt du zufällig was der norbert jetzt auf archlinux macht ne das habe ich so noch nicht erfunden aber ich denke mal der kümmert sich um kde bei archlinux wahrscheinlich ne liegt liegt nahelegend er hat jetzt auch einen neuen job bei fuji zu oder wie 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 spricht man das aus fuji zu ja fuji als research irgendwas sehr cool absolut aber ja jedenfalls ist er da jetzt langsam aber sicher dann weg vom kde vom vom debian fenster ich bin mal sehr gespannt wie sich das entwickelt wenn man so möchte linux mint hat ja vor zwei drei jahren eigentlich seine zwei hauptprogrammierer verloren neben dem projekt maintainer und die war mussten dann auch irgendwie ersetzt werden so das gab einen rückschlag aber sie haben sich auch gefangen auch ganz gut dass du eigentlich wenig gemerkt hast davon ich gehe mal auch stark davon aus dass es bei dir dann doch noch irgendwie ein gutes ende nimmt aber auf jeden fall sollte sollte sollten solche solche rauseklungen oder rausschmisse und dann nicht mal dank dazu dass er jahrelang da die ganzen sachen maintained hat sowas sollte nicht passieren und sowas muss ich sagen sind solche toxischen community bewegungen oder community aktionen die muss ich sagen sich linux eigentlich nicht leisten leisten sollte oder unsere freie software welt ja einfach nur eher schwächen in in aller hinsicht für für alle anstatt dass es irgendjemandem wirklich was nützt das muss ich sagen kritisiere ich auf jeden fall hier aufs höchste und das sollte nicht passieren also besonders dass es dann so an die öffentlichkeit gerät das geht nicht finde ich kann ich genauso unterstreichen also das ist das ist das ist nicht schön das ist nicht sinn der sache und nee das macht man auch nicht aber ich finde es definitiv gut dass sich der norbert davon nicht ich sag mal entmutigen lässt und vom einen distributions riesen zu einem anderen wechselt und einfach da sein ding weitermacht dann sieht man gott sei dank auch der hat da bock drauf noch weiterzuentwickeln ne und geht dann halt wenn wenn der eine mich nicht will gehe ich halt zur anderen community so die haben sie ja auch mit offenen armen und ähnlichem aufgenommen also dementsprechend ja also es ist schon unglaublich dass sowas in der devian community passiert ist ja jetzt auch wirklich keine kindergarten community die es erst seit fünf jahren gibt also devian ist ja quasi eines der ältesten projekte tja das auf jeden fall so kann es passieren ja was passiert halt auch dem besten dann sieht man das halt noch mal da dran also ich ja ich fand es halt interessant wo ich es gelesen hatte und dementsprechend war schon mal interessant das mal durchzugehen dass es den menschen wie den leuten geht ne also wenn man sich so denkt so in seinem alltag meine güte was ist das schon wieder für ein kindergarten und muss das sein ja scheinbar schon das passiert dem besten sieht man ja absolut absolut ja überall ist es überall ein großer kindergarten manchmal ja schade also da muss ich wirklich sagen dass muss ich sagen finde ich eigentlich viel viel schlimmer dass sowas noch passiert in unserer community als dass da jetzt devian kurzen rückschlag erleidet das ist das mir eigentlich egal wie egal aber das kriegen die schon wieder hin aber dass sowas überhaupt passiert ist einfach einfach nicht schön und das sollte sollte jeder daran arbeiten in der community dass das ja dass sowas auf jeden fall vermieden wird sowas ist nicht schön besonders öffentlich beziehungsweise dass man sowas ein bisschen eleganter löst also passiert ja dem besten uns ist das ja auch passiert gerade zum anfang mit den ersten tungstern 2020 hatten wir ja noch ein anderes team anderes kernteam und da hatten wir uns ja auch von einem getrennt damit die anderen damit besser aufleben konnten nennen wir mal mark also da war ja das problem dass der mark so und sich überzeugt war weil das also er hat es ja auch drauf aber er hat einfach keine andere meinung und auch kein andere anderen die chance gegeben sich selber zu entfalten und da war er das problem und da haben wir ja den mark erstmal darauf hingewiesen dann hat er keine hat es keine besserung gegeben und dann haben wir uns halt mal von dem mark getrennt ja also manchmal passen einfach leute nicht ins team rein das haben wir dann relativ am anfang dann eben gemerkt und haben sie seitdem auch konsequenzen dann auch getroffen dass sowas dann nicht passiert nicht mehr passiert und ja es gibt es halt aber bei debian oder bei bei debian war es ja jetzt nicht nur die anfangszeit das erste jahr wo es dann doch noch mal kurz gekracht hat sondern viel viel länger her ja richtig ich wollte es halt nur als beispiel anbringen das das passiert irgendwo es kommt halt immer nur darauf an wie es ausartet und ich denke mal wir haben es doch relativ human gelöst dass da so viele dreckige wäsche bei debian gewaschen wurde weiß ich nicht also muss nicht sein ne absolut nicht wobei ich glaube das wurde ja auch durch die medien als noch mal hochgekocht ne also die tux tage das hat einfach keinen interessiert natürlich aber so was debian da bei debian passiert das nehmen dann ja dann doch noch einige news zeitschriften hier mal ein shoutout an linuxnews.de beispielsweise nehmen das ja auch noch mal auf ne also gar keine kritik ich finde das ganz gut und den artikel den ferdinand da geschrieben hat der ist auch echt solide und gehe ich auf jeden fall komplett überein ne aber klar hat noch mal eine ganz ganz andere dimension und ja ist ist halt die frage in welcher größe man sich sowas erlaubt und in welcher zeit ob das in der anfangsphase ist ob das mittendrin ist ob das ne das ist doch meiner Ansicht dann doch 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 noch mal ein unterschied ja das ist dann ein ordentlicher unterschied also ja ja es geht weiter bei dem ja richtig also das wird jetzt nicht umkippen das projekt nur weil der neue präning da geht ne wahrscheinlich nicht ne also die werden es merken aber ja die werden weiter die werden weitermachen bedeutet ja nicht dass nicht neue leute reinkommen ne das stimmt also ich denke mal die lücke wird gefüllt werden wird halt nur interessant wie sehr es ruckelt wo bei tatsächlich mal ganz anderes thema noch mal angeschnitten aber lücke füllen in anführungszeichen ich habe das gefühl dass die die open source community immer älter wird also dass zu wenig nachschub von unten kommt habe ich das gefühl ganz ganz groß also beispielsweise alleine was ich in meiner zuschauerschaft sehe was ja eigentlich also ich bin ja relativ jung noch und wenn ich da so die die alter struktur seh werden wer meine videos anschaut ist meine das durchschnittsalter in richtung 50 tatsächlich teilweise und das ist doch schon sehr sehr alt und da würde ich mir schon wünschen wenn wir da ein paar junge auch begeistern können das ist glaube ich auch langfristig also momentan noch nicht aber langfristig wird es ein problem sein da wirklich nachwuchs zu finden oder also sehe ich eigentlich an vielen ecken und enden also es kommen schon ein bisschen paar nach das muss man schon sagen aber so so die große masse bleibt aus und ich glaube es gehen eher mehr die nächsten jahre in ruhe stand wo man dann erst mal schauen muss okay wer übernimmt dann diese projekte weil das ist ja dann quasi auch das erste mal also wenn jetzt hieß linus thorwald hat mit 20 oder ein paar 20 den linux können geschrieben und ist jetzt wie alt bitte 50 ungefähr müsste so grob sein der wird dann vielleicht vielleicht macht das noch 15 jahre aber ich gehe mal nicht davon aus und dann ist die frage wer übernimmt dann solche sachen das ist ja nur mal ein beispiel mit dem linux können es gibt ja so viele projekte die dann in der in der studentenzeit von irgendwelchen leuten angefangen wurden und die jetzt mal langsam oder halt auch danach mal und jetzt dann in rente gehen quasi und dann sagen so jetzt könnt ihr mich mal alle kreuzweise und dann ja wer übernimmt die ganzen projekte dann ich glaube da wird einiges dann anfallen tatsächlich ja aber das ist ja spannend in den nächsten jahren richtig das ist aber eher so so ein signifikantes ding allgemein in der it gefühlt also ich merke es zumindest arbeitstechnisch okay bewerbungstechnisch du hast zwar ganz viele leute die ich sag mal programmieren und entwickler werden wollen aber so von den grundlegenden sachen jetzt ohne irgendwie zu bashen so die grundlegenden wirklich verstehens ansätze ich bin ja ich sage selber ich bin kein entwickler ich bin kein programmierer auch wenn ich Quellcode lesen ein bisschen schreiben kann aber das hauptberuflich zu machen nee das ist mir das ist mir dann nicht mein ding weil irgendwann irgendwann drehe ich durch und und schweiß den scheiß an wand ich habe einfach nicht die ruhe entwickler zu sein ich bin eher der der mensch der der probleme angeht und löst als admin also ich habe noch mehr den den praktischen bezug als den theoretischen bezug den habe ich lieber aber auch entwickler kriegen kriegen so gefühl gerade sowas was die junge generation ist irgendwie auch nicht mehr so richtig mit oder mit gegeben diese sachen sich aneignen oder probleme im allgemeinen lösen weil ich habe so ein bisschen so dass sie fühlen dass wir gerade so bei einem generations fenster angekommen sind wo die jugend sich so denkt es ist doch alles digitalisiert das muss doch irgendwie gehen aber die wissen gar nicht mehr wie sie probleme angehen sollen wenn das mal nicht funktioniert also die werkzeuge dazu werden die gar nicht mehr mit gegeben ich habe ja damals auch welche gruppe meinst du da jetzt ungefähr das sind jetzt oder das ist also zumindest das was ich so sehe von den von den jüngeren generationen also was sind jetzt die lernlänge bei uns so anfang anfang 20 so also ja typisches jährlings halt ja gut die lernen wissen dann zwar alle wieder jetzt eine html seite baust oder so aber dann die 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 grundlegenden sachen meinst du dann in der webserver unten drunter und wie der traffic herkommt oder ein schon das osi schichten modell wird denn noch nicht mal mehr gezeigt so richtig ja beziehungsweise die schreiben irgendwo ihren ihren code und wollen dann irgendwo was haben wo es laufen soll wenn man sich dann mal so den code anguckt und sich denkt ja das ist zwar code aber wie willst du den zum laufen kriegen dass das da ist ja ist ja irgendwie nicht zu ende gedacht in welchem environment das laufen soll ganz ganz komische sache und ich will jetzt auch nicht die die leute verteilen ich will eher so sagen dass den leuten das auch nicht mehr richtig nah gebracht wird also es gibt einen anderen fokus teilweise richtig es gibt einen anderen fokus und viel mehr theoretischen viel mehr schnell schnell ergebnisorientiert ohne wirklich praxisorientiert zu sein habe ich so das gefühl also wenn was nicht geht ja dann ist das doof und 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 ganz ganz blöd und wenn im ersten log nichts drin steht oder oder der compiler dem das nicht sagt dann ist das doof und dann werden die brocken hingeschmissen auf deutsche sagt wo ich mir denke ja gut ich weiß jetzt nicht wie das jetzt bei der ausbildung läuft aber also ich bin ja momentan im studium ich schreibe gerade meine bachelor arbeit und ich muss sagen so also osi schichten modell was du da angenannt hast das habe ich im letzten semester die klausur für geschrieben ging aber auf der einen seite rein dann habe ich die klausur geschrieben und jetzt ist es schon zu gewissem teil wieder draußen ja also wenn du mich dann ansprichst auf das auf die auf die funktionalität dann müsste ich das schon wieder hinbekommen aber was meinst du sorry ich ich tue dich jetzt auch nicht das nächste mal wenn wir uns treffen nach dem dritten bier mal so spontan fragen wie es osi schicht modell ist aber ich würde schon ganz gerne wissen so was der unterschied ist zwischen layer 7 und layer 4 load balancer also so die grundlegenden sagen das stimmt ja das stimmt ja ja ne ist eine schwierige sache absolut und ja also ich weiß ich weiß nicht wie das bei der bei der fachinformatik raus läuft aber ich gehe mal stark davon aus dass du halt auf quasi höheren schichten arbeitest das das habe ich aber ja das habe ich aber damals schon in meiner ausbildung zum system kaufmann das ist ja wirklich ein beruf der nur in der oberfläche gekratzt hat und von den ganzen prozessen ich habe ja eher den schwerpunkt auf kaufmännische prozesse gehabt selbst da wurde wirklich nur stupide runter erklärt und wenn man was nachgefragt hat oder war was nicht verstanden hat dann wurde es eins zu eins wiederholt mit so mit zum untertonen mit hier frisst oder stirbt was geht mir scheiß an also da habe ich schon die tendenz gesehen wo man sich so dachte muss das sein das ist ja nicht nicht toll also aber ich glaube das ist jetzt schon wieder so eine grundsatz sache wie wie ist das bildungssystem in deutschland ja gut in der hinsicht sowieso aber ich glaube es gibt einfach mittlerweile viel viel mehr bereiche die du mittlerweile lehren kannst und da da reingehen kannst und dann ist klar dass du dann nicht mehr alles so abdecken kannst vielleicht wie früher das noch der fall war aber du hast schon recht also beispielsweise so jetzt im im linux bereich oder in auf dieser auf dieser ebene gut ich habe sogar meine seminar arbeit im komponenten von betriebssystemen sogar geschrieben aber am ende ja weißt du da nicht relativ wenig also hast du hast du da nichts das musst du dir dann alles dann doch schon echt ziemlich hart selber dann per trial and error teilweise herausfinden und da geht es meiner ansicht nach dann darum dass halt in der ausbildung ist vielleicht studium zu lernen sich das werkzeug dafür anzueignen und dann rein ins kalte wasser versuchen wir es mal so ja richtig versuchen wir es mal so zu umschreiben irgendwie habe ich so das gefühl dass in den letzten jahren im studium und in der ausbildung relativ wenig bock generiert wurde auf open source oder selbstständiges arbeiten an solchen projekten da ist irgendwie das arbeiten geht vollkommen flöten also ja also da ist irgendwie da ist das feuer nicht mehr geschürt worden in den leuten die sind einfach nur ich kann programmieren machen meine auftrags arbeiten das war es vielleicht also im dümmsten fall will jetzt auch kein verteufel weil es auch arbeit die honoriert werde wird und honoriert ist aber ich merke das also ich merke das wirklich so teilweise wenn man sich mal mit mit jüngeren unterhält die wollen relativ viel mit wenig aufwand und fehlertechnisch wenn es dann mal zu einem fehler kommt der dann wird es schwierig das sehe ich auf jeden fall auch ganz ganz häufig also in meinem umfeld also ich helfe dann auch vielen kommilitonen unter meinen jagenstufen dann und die geben sich gar nicht mühe ne also klar bei bei uns gab es das auch schon ne und dann die fallen dann halt leider auch raus und dann werden sie für studiumabsprecher und so suchen das trotzdem irgendwelche leute ja weil es einfach viel zu viel fachkräftemangel gibt es ja vielleicht auch nur die sache ne aber ist eine schwierige sache auf jeden fall und ich gehe mal davon aus also so der nachwuchs in der open source welt wird in den nächsten zehn jahren ich glaube gar kein so geringes thema werden ja auch richtig also das was nachkommt wird garantiert nicht das auffüllen oder aufwiegen können was quasi einfach mal in ruhestand geht auch allein massenzahl absolut auf jeden fall ja und klar erfahrungstechnisch klar dass da ein 20 jähriger mit 60 jährigen ja nicht mithalten kann das ganz klar richtig das auf jeden fall verrückt deswegen haben wir ja quasi auch die tux tage ne das war ein bisschen da die leute irgendwie angeheizt bekommen apropos anheizen und so ne ja wir planen ja den linux presentation day am 14 mai und das ist für leute gedacht die absolut noch nichts von linux gehört haben und da wirklich mal reinschnuppern können und sich die ganze welt mal ein bisschen genauer anschauen können also ja ladet dazu gerne eure freunde ein oder kommilitonen schickt denen dann die links oder bekannten oder die familiengruppe natürlich auch neben dem unwitzigen meme von eurem vater ist das glaube ich gar keine schlechte gar keine schlechte idee ja genau wir haben ja auch letzte woche vorletzte woche ich weiß gar nicht mehr wann wir unsere letzte tux tage besprechung hatten boah ich auch nicht vor 10 tagen genau tatsächlich war es vorletzte woche ja und sind dann noch mal so ein bisschen die jahrespläne durchgegangen und du kannst du doch mal gerne umreißen wenn du möchtest ja also wir sehen also wir fangen jetzt tatsächlich gerade an dann jetzt neue partner zu finden für die linux presentation day wir wollen da tatsächlich auch in richtung schulen gehen also richtung richtung schulsoftware wollen da einen track eben einmal für die schule anbieten und dann für für schulträger für schuladministratoren dass sie sich das mal anschauen können das immer auch schon in den ersten gesprächen mit verschiedenen software anbietern quasi von open source software aber dann halt eben auch noch diesen normalen track da werden wir dann halt auch dann eben verschiedene ich sag mal anwenderbezogene sachen unter linux zeigen und bis dahin ist noch relativ viel zu tun technisch ändert sich tatsächlich nichts im gegensatz zu den tux tagen 2022 das ist ganz schön das heißt technische könnt ihr euch da mal ein bisschen zurücklehnen mich ja aber tatsächlich auch nicht allzu lange weil in den tux tagen 2022 haben wir coole neue features geplant und probieren in einen ganz ganz neuen bereich her vorzustechen wo wir selber noch nicht wissen wie das wird ob es ein erfolg wird oder ob es einfach nur ein schöner ausflug war und wir sagen das nächste ja nicht mehr wird dann aber nur zusätzlich sein also so die die live streams wie wie ihr sie jetzt sieht die wird es natürlich nach wie vor dann auch geben bzw die aufzeichnungen danach apropos aufzeichnungen die gibt es jetzt auch nach und nach auf dem youtube kanal von den tux tagen genau die werden jetzt veröffentlicht ansonsten alle unsere aufzeichnungen könnt ihr wie gesagt auch schon auf tux tage.de anschauen genau und da alle aufzeichnungen vom letzten jahr schon durchstöbern falls ihr noch mal einen vortrag euch anschauen möchtet den ihr vielleicht verpasst habt genau da kann man noch mal alles nachholen falls man an dem tag wirklich keine zeit hatte und ansonsten ja wir planen und wir sind dran nur eben primär machen wir die vorbereitung für linux presentation day genau so nebenbei schon ein bisschen tux tage tage 22 aber tatsächlich bei uns steht die steht der meeting kalender nie still in anführungszeichen beziehungsweise die ganze ganze prozesse drum rum und wir suchen neue teammitglieder das heißt falls ihr lust habt entweder warte mal ich mach mal die teamseite auf das könnte sich nur um stunden handeln hier ist es also falls ihr zufällig in in der regie und live stream technik mit einsteigen möchtet oder im marketing design da suchen wir auf jeden fall noch verstärken auch ein bisschen knowledge ein bisschen wissen in der server administration im 3d design oder und oder in der architektur oder in der teilnehmerbetreuung oder ins wie crm mal entweder euer wissen beitragen möchtet euch damit ein bisschen beschäftigen möchtet und in einem coolen team mit wirken wollt und etwas der open source und linux welt zurückgeben wollt dann würden wir uns sehr sehr freuen wenn ihr euch einfach mal bei uns meldet wir haben auf tux tage.de slash verstärkung gesucht beziehungsweise ihr seht das dann auch wenn ihr auf tux tage.de geht haben wir da eine seite eingerichtet da könnt ihr euch nochmal alles in ruhe durchlesen wir würden uns riesig über neue bewerber freuen und vielleicht da bist du demnächst dann auch mal bei uns dabei genau und wir machen ja eigentlich keinen unterschied also jung alt egal richtig sind ein kompletter durchmischter haufen in allen belangen und auch eigentlich wer bock hat wird gern genommen also auch wenn man am anfang steht wir haben genügend ressourcen um auch für euch eine schöne aufgabe zu finden nicht nur das entweder bringst du uns was bei oder wir dir also das kriegen wir schon hin genau auch dementsprechend ja tage 22 wird wieder interessant ich freue mich jetzt schon und auf die arbeit die davor steht aber es macht spaß genau ja 22 da wird auch wieder die nächste lts version von ubuntu kommen nämlich ubuntu 2204 die nächste lts version es gab schon die ersten vorab informationen was relativ fest stehen wird erstens der codename jammy oder jammy jellyfish jammy jellyfish jammy jellyfish jammy jellyfish jammy jellyfish was ist gerade aktuell ich meine ich glaube die 42 kommen im februar raus oder so ja irgendwie so na bin ich mal sehr gespannt ja wird dann sehr sehr aktuell was sie mitnehmen werden ist grub oder grub 2.0.6 mit dem eingebauten stolper stein bei jeden der für den das interessant ist was heißt interessant für jeden ist das dann relevant der multiboot system hat und auf ubuntu 22.4 oder auf einen ubuntu 22.4 derivat oder eine distro die darauf basiert wechselt weil in dem grub diese osprober funktion per default deaktiviert ist die osprober funktion macht nichts anderes als nach der installation zu gucken ob noch irgendwo ein anderes betriebssystem installiert ist und macht dann dementsprechend den eintrag bedeutet habt ihr multiboot system installiert dort 22.04 lts ubuntu drauf seht ihr dann in diesem grub nur noch ubuntu also müsste man dann einfach wieder einschalten osprober drüber laufen lassen dann ist das auch wieder okay muss man wissen ist ein stolper stein ist aber wirklich harter stolper stein die frage ist ist das schon so kommuniziert dass das ubuntu 22.04 wirklich so einbauen wird oder es kann ja sein dass sie das dann schon verändern tatsächlich für die vielleicht fixen das vielleicht ja aber bis jetzt die version wollen sie nehmen und in der version ist das halt per default nummer aus muss man wissen ja gut aber ich mir mir schließt sich der sinn gar nicht dass jetzt auf einmal den osprober deaktivieren ist eine verrückte entscheidung wer weiß die begründung möchte ich mal lesen muss ich muss ich mal nachschauen ja aber es ist es ist gott sei denn umgeber wenn man es weiß das stimmt das ist dann immer relativ das entschärft die ganze sache ich denke mal auch nicht dass canonical das so drinnen lassen wird weil das macht gar keinen sinn nee also schießen sie sich ja ins eigene bein also ich glaube nicht dafür wird es eine neue firmware update noch geben die haben ja glaube ich das erste mal bei bei bedora gesehen und die ist jetzt auch wirklich in anderen distributionen angekommen die funktioniert auch ziemlich gut zum updaten von ich sag mal ssd-firmware und ähnlichem ja ist richtig gut heißt es nicht auch einfach nur firmware update ich weiß gar nicht wie diese app heißt aber ja ich glaube die gibt es jetzt schon so ungefähr gute zwei jahre in fedora und jetzt erreicht sie auch endlich ubuntu 2204 und debian wird sie dann wahrscheinlich erst in der version 15 oder so erreichen dann spaß ja aber warte mal debian kann die sogar schon drin haben glaube ich ich glaube die kommt auch teilweise über gnome rein irgendwie ist die mit gnome ziemlich verwandelt ja 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 das ist das ist das ist eine gnome app gewesen die ist mit gnome 40 irgendwie wobei debian hat er noch gnome 338 aber das gab es ja schon davor diesen firmware update hat den gab es ja schon vordergenommen version 40 ja aber die ist erst mit der 40 wirklich in die default apps gerutscht wenn ich das richtig mitbekommen habe ach das mag sein das mag sein stimmt dann hat das fedora wahrscheinlich einfach schon vor so gehabt ja gut aber tatsächlich ist schon sehr sehr cool dass das ubuntu dann direkt mit drinnen hat sehr cool also ich habe es auch mal schon mal ausprobiert dieses dieses firmware tool es erkennt auf jeden fall all meine ssds und ich könnte auch ein firmware update machen aber nicht weil es läuft alles ja cool das man muss ja sagen da machen ja nicht alle hersteller mit ich glaube das ist von red hat initiiert worden ist auf firmware updater und einige hersteller konnten sie dafür gewinnen aber müsst ihr mal nachschauen ob eure hardware dann unterstützt wird für also es sollten sollen darüber auch bios updates gehen ich glaube ja oder ich glaube sowas war auch gut angedacht also ich würde es nicht über so eine app machen ich würde es immer über das uefi selber oder ähnliches machen die offizielle variante dann ne wer weiß wenn es der hersteller dann unterstützt also auf windows ist das ja schon gang und gäbe dass du du firmware updates dann auch so auf den windows ja aber ich mache ich mache sowas rudimentäres wie ein uefi oder bios update nun mal nun ohne ohne störquellen und wenn dann betriebssystem gebootet ist nee das finde ich cool das stimmt auch absolut das ist eine störquelle da da kann immer was schief gehen und dann stehst du da mit einem mit einem teuren stein das ist das macht dann keinen das macht dann keinen spaß und dieser teure stein ist dann noch innen hohl also was ist das für eine verschwendung ja cool okay aber für ssds und ähnliches oder andere komponenten die man so drinnen hat ja warum nicht also super sache bei ansonsten hättest du ja unter linux relativ wenig chancen weil die meisten firmware tools von den herstellen ich kenne es von von samsung ssds die lässt du halt die lassen sich halt nur auf windows installieren und jetzt hast du halt eine möglichkeit genauso deine ssd firmware zu aktualisieren wie unter windows nur ohne dieses samsung eigene programm das stimmt also wenn es funktioniert kriegst du dein system wunderbar gepflegt und es macht ja auch keinen brokenen eindruck also das erste mal wo ich mir diesen firmware update angesehen habe deine firmen also deine geräte werden aufgelistet wird dir zeigt ob es firmware updates gibt und dass du die machen kannst also da ist nichts kaputtes dran ja absolut was es auch noch neu gibt ist ein installer also einen neuen oberflächen installer wenn man so möchte beziehungsweise also der hat sich nur auf der oberfläche verändert ja den wie hieß das ist ja kalamares kalamares ist ja der alte also ist der alte also der alte ist ja obikuiti ja und der neue ich weiß nicht wie der neue heißt keine ahnung hat hat der also kalamares ist ja die installer reihe von 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 man mangiare nutzen kalamares installer oder so ah dann haus ich das grad durcheinander ich hatte letzt ich hatte donnerstag im stream mir endeavor ist angeguckt deswegen habe ich garantiert wieder mal aus dem kopf ja ich weiß nicht wie der heißt aber ich habe mir den sogar mal angeschaut und sogar heruntergeladen und auch mal so gestartet weil ich mich ja mal mit flutter beschäftigt habe das ist so ein ui toolkit wenn man so möchte eigentlich viel viel mehr als ein ui toolkit sondern so ein ich weiß gar nicht wie man das nennt bibliothek ist vielleicht auch zu wenig gegriffen jedenfalls ja war entwicklungsumgebung auch nicht ich weiß gar nicht was das genau ist am ende ist das quasi ja eine runtime und so möchte die womit du dann ganz einfach verschiedene oberflächen selber bauen kannst und diese dann mit einem klick auf linux windows mac und auch android oder ios veröffentlichen kannst oder besser bauen kannst und der clou in dem ganzen ist dass das ganze jetzt kein web renderer oder sowas nutzt sondern die ja ich sag mal jeweils ja internen bibliotheken beispielsweise nutzt flatter auf linux gtk dahinter also das wird wirklich versucht und übersetzt in die originale würde ich mal sagen oder in eine sehr sehr ja dem betriebssystem nahe bibliotheks sprache kann auch nicht sagen aber eben in diese komponenten und dann läuft das extrem schnell und tatsächlich auch ohne probleme auf verschiedenen plattformen tatsächlich das ist eigentlich eine ganz coole sache auch fürs web gibt es natürlich auch dann in html umgesetzt und javascript und hast du nicht gesehen aber generell genau gibt es halt einfach ganz neue möglichkeiten zu für für animationen und für ein schickeres ui was du vielleicht unter gtk so selber nur sehr 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 schwer erreichst und das hat ubuntu das erste mal mit dem neuen installer ausprobiert und ich muss sagen ich habe mir das ganze ja auch mal auf technischer ebene angeschaut und ist es noch nicht optimiert für linux beziehungsweise flatter ist noch nicht optimiert für linux dass du da wirklich tolle linux anwendungen bauen kannst beispielsweise das icon thema oder insgesamt ist ja fenster thema wird nicht mit übernommen die haben ihr jahre thema was sie da drin haben haben die da einfach fest rein hart gekodet wenn man so möchte in gewisser weise und das dann auch wirklich mühsam umgesetzt in flutter und das sind so sachen wo ich da halt noch ganz ganz große brechpunkte sehe für flutter momentan aber für ubuntu scheint das wohl für den installer auf jeden fall ja komplett egal zu sein da kannst du eh nicht das thema ändern und ich bin mir sicher wird wahrscheinlich sich noch in der zukunft was tun aber generell eigentlich keine schlechte sache und das ist nur die oberfläche tatsächlich also flutter nutzt man häufig nur fürs frontend und als backend wird der ubuntu server installer quasi genommen und erweitert ja und dann wird dieses ubiquity projekt dann wirklich jetzt mal aus dem verkehr gezogen was wirklich einfach nur grausam ist an irgendwie ja neuen features und so weiter weil das ist so kompliziert geschrieben und so will geschrieben dass es eigentlich nicht mehr lohnt so groß dann damit jetzt die nächsten zehn jahre weiter zu fahren und eigentlich auch schon ganz schön adäquiert das teil oder also das hat sich ja ich glaube seit der ersten ubuntu version 2004 haben sie es ja im einsatz und ja sagen wir mal so die installation hat sich seitdem nicht wirklich signifikant verändert ich weiß irgendwas ich weiß nicht wie das in den zuvorigen jahren weiß ich nicht aber ja absolut uralt ist das ding schon deswegen also wird mal zeit das ist halt auch in der moderne ankommt sag ich mal ich bin gespannt drauf also sieht erstmal nach einer vernünftigen versionspflege aus mit bis jetzt erst mal sinnigen erweiterungen wir werden dann mal sehen was dann kommt richtung canonical eigenheiten sprich wie stark dann wieder snap drin hängt und was alles snap sein wird und was sich was sich sonst noch so was sich sonst noch so für ein quatsch einfallen lassen sag ich mal ne ich glaube snap wird da die wirklich dominant in der nächsten version sein also die haben ja jetzt auch firefox nicht mehr als apt version glaube ich das da hat jetzt linux mint tatsächlich eine partnerschaft mit mozilla angekündigt dass das mozilla dann da auch direkt für irgendwie linux mint packt oder irgendwie so oder die offizielle version beziehungsweise ich glaube mozilla packt eine .deb version und linux mint nimmt jetzt die offizielle .deb version und so weiter und ja dass man da eben snap umgeht also tatsächlich ich glaube snap wird in ubuntu 2204 das erste mal dominanter sein im im desktop bereich und ja ich gehe mal stark davon aus dass sind nach und nach dass die die umstellung zu ende ist weil was was gibt es dann noch in 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 apt format ich gehe mal stark davon aus dass jetzt die libro office pakete beispielsweise oder thunderbird oder sowas auch nach und nach in in snap auf jeden fall also die gibt es ja schon alle in snap aber dass sie in der neuen version vielleicht sogar auch nur schon direkt als snap vorinstalliert sind also ich gehe ganz stark davon aus dass das jetzt in der 2204 auf die zielgerade geht was willst du sonst noch mehr umwechseln oder umtauschen und die desktop selber macht keinen sinn und ja da werden wir uns so ein bisschen noch überraschen lassen also wie weit das dann drin ist ich bin dann halt nur gespannt drauf in wie weit lässt man es noch zu snap nicht zu benutzen oder in anderen worten wie weit wird snap in das system integriert vielleicht wird sogar eine kernkomponente vom system und dann wird es ziemlich unangenehm nämlich gerade auch für alle distributionen die ubuntu als als kern nehmen ja ja also das gibt ja schon schwierigkeiten teilweise also mint hat ja auch groß zu kämpfen auch mit chromium haben sie da groß zu kämpfen gehabt jetzt kommt dann noch firefox dazu und sicher noch viele andere pakete werden folgen und da müssen sie sich selber was überlegen also gut aber mittlerweile ist ja mint also nutze ja auch gar nicht mehr so viele sonst pakete die die wir wirklich groß abhängig wären also beispielsweise jetzt die ganzen unterbau klar also die bauen das glaube ich auf der mini punkt iso datei oder auf dem mini punkt iso von ubuntu auf und der ganze cinnamon desktop beispielsweise und die meisten programme sind ja entweder schon von linux mit selber entwickelt worden und was nutzen die wirklich noch richtig an ubuntu software also da fällt mir gar nicht mehr so viel ein also vielleicht sowas wie die treiberverwaltung oder sowas die ist glaube ich noch ziemlich auf jeden fall hat sie noch große ähnlichkeit zu dem ich wollte gerade sagen die sieht sehr ubuntu esk aus ja genau also die haben da schon ihr eigenes projekt also das schon geforgt und haben da auch anpassungen dran gemacht in ganz vielen projekten auch tatsächlich in anderen aber ja also ich denke das ist das mit dem browser langsam aber sicher durch das kommt dann noch irgendwann libro office libro office wird tatsächlich nochmal ein brocken sein aber dann was hast du dann noch ich bin sehr gespannt wie sich wie sich das entwickelt und ich bin sowieso gespannt auf die neuen technologien dann wie sie wie die sich dann langfristig umsetzen ich hoffe nur dass alles interessant ich hoffe nur dass ein als anwender noch die wahl lassen in dem ubuntu software center hattest du glaube ich immer noch die wahl welches repo du benutzt ob du das snap paket nimmst du das up paket sofern eins dafür zur verfügung steht ja ich gehe auch stark davon aus dass sie das noch drin lassen aber ich denke die meisten die werden das nicht mehr mitbekommen und das ist ja dann auch okay also wenn dann alles funktioniert und ubuntu da meint umzustellen müssen mein gott sonst es machen wenn es halt funktioniert aber ich bin sehr gespannt ja also ich bin wirklich sagen wir mal auch wieder gehypt auf ubuntu 22.4 und viel interessanter ist das dann was was die ganzen anderen distribution daraus machen einerseits würde ich ganz gerne sehen wie mint damit umgeht und andererseits würde ich ganz gerne sehen wie pop os damit umgeht weil pop os hat sich ja die entscheidung getroffen snap nehmen wir gar nicht wie in den flatpacks und wie weit dann snap halt wirklich im system verankert ist da wird es interessant ob man es abschalten kann ohne dass dann etwas nicht funktioniert das wird dann interessant ja doch ich ich denke schon dass es schon gehen wird noch aber sie werden viel viel zu tun haben das auf jeden fall das auf jeden fall ja da werden wir mal gucken also werden wir mal gucken ob der ob der tintenfisch so lecker wird wie sie prognostizieren da bin ich sehr gespannt frittiert mag ich ihn auf jeden fall aber jammy weiß ich nicht mal schauen stimmt das ist ja nicht yummy sondern jammy jammy ich hätte mal ob man jammy in marmelade umsetzen kann schon oder aber was wäre denn dann marmeladiger tintenfisch das wäre auch quatsch ich weiß ja nicht irgendwie habe ich jetzt doch nicht mehr so viel bock auf die neue ubuntu version da bin ich mal sehr gespannt jammy müsste halt eigentlich schon irgendwie also ja schon in die richtung marmelade gehen also so jam ist ja irgendwie was zusammen gemixt in anführungszeichen oder in die richtung jammy soll aus dem englischen ins deutsche mit marmelade übersetzt werden marmeladentintenfisch jammy gibt es selber nicht aber jam kann ganz viel vielseitig übersetzt werden stau papier stau klemme sich verklemmen der sich verklemmende tintenfisch ja fast vielleicht ja gut klebrig kinderleicht klebrig könnte sein der klebrige kinderleichter tintenfisch jammy ist auch die marmelade oder die orangen marmelade auch manchmal oder konfitüre tintenfisch konfitüre die sachen gibt es oder genau jammer störsender genau so hätte ich ja ja vielleicht wird es auch der kinderleichter tintenfisch und die prognostizieren mal wieder eine richtig krasse nummer oder der verklemmte tintenfisch da würde ich sagen das sehen wir in einer der nächsten folgen oder das richtig könnte auch der verklemmte werden wir wissen ja alle die ersten ubuntu die erste lts version kann man sich erst nach dem ersten point release installieren ist halt wirklich so leider ist schade ist echt traurig wobei mit 20 4 und 18 4 hatte ich glück da hat bei mir nichts geklemmt aber mit 16 4 hatte ich so meine probleme mit 14 4 hatte ich da auch so meine probleme mit 18 4 hatte ich probleme mit 20 und vier habe ich dann glaube ich gar nicht groß genutzt aber 18 40 probleme auf jeden fall 18 24 waren bei mir echt solide da hatte ich keine probleme wir werden mal sehen und ich denke mal auch wir sind soweit durch wir haben gesagt was wir sagen wollten ich gehe auch davon aus ja genau dann kommen wir zum ende ich bedanke mich wieder bei dir für's dabei sein und ich mich für dich für's organisieren und auch für deine wertvollen redebeiträge heute weil die sonst nicht wertvoll sind die sind alle wertvoll ich fand's jetzt gerade nur komisch das hast du noch nie gesagt naja fürs neue jahr kann man sich ja andere sachen vornehmen naja ok ok das kann ich ja nie ahnen das ist so ein bisschen sass wenn du das so raushaust apropos ja ja Jugendwörter bin mal gespannt was hier wieder dieses Jahr dann kommen wir wir müssen sie da kriegen wo wo was sie kriegen können richtig keine Ahnung das geht dann auch wieder eine andere Richtung ja und natürlich bedanke ich mich bei jedem Zuhörer Zuseher und ja Zuhörer Zuseher und denjenigen der schon eingeschlafen ist währenddessen richtig genau die Nacht träumen was schönes und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder genau bis dahin bleibt gesund und macht's gut tschau tschau ein View v tschving in would du sind queen new